Warum nicht? Sonst müssen wir die ganzen Türme in Brand setzen. Oh Gott, mein Arm! Ich muss jetzt erst noch was trinken. Falls ihr euch jetzt fragt, wer die Cola hier hat, ich weiß es auch nicht. Die habe ich mir am Anfang noch hingestellt. Oh Gott, mein Arm! Ich steck dann schon mal die Türme in Brand. Ich bin fast am Scheißhaus gelandet. Was man mal sagen kann, in VW gibt es keine Zitatelle, die gewacht gekrachelten Wände, weil wir in diesem Zeitalter noch nicht sind. Das ist die Zitatelle der Hölzenden Wände. Hast du den Questblatt bekommen? Ja, oder? Ja, Südwestblatt gesteckt. Ich bin dank der Nähe zwischen diesen hier. Ich will nämlich auchs Laufensfahrer. Wenn ich die Schmerzen für den Charakter auf der L-70, dann will ich nur den Anfängen. Du habst alles Giese und ich werde auch hier zuerst wearern. Ich will den Charakter zur L-70 und den Anfängen von den Karakter mit dem Schmutz stattfenden will nicht nur den Anfang von den Dienstag es ist das ist von wahrscheinlich in der Stolz kommen wir auf uns und gehen aber das tun noch fertig wenn man den nächsten den Türen völlig zu lieben und irgendwie ja ich kriegte die Kurve ich hätte so zu schnell wo man sich auf der Seite die Zutaten mit so gut aber es ist ja gottisch die Frage ist ob ich dann so schnell da drauf kommen in dem Moment und der letzte Tor und dann muss man über die Brücke du musstest jetzt dann hier das Feld looten können und hast dann deine 6 Meldungen ich trink nochmal was oh Gott ist zu verarbeiten immer nur weh so ich hab mich wieder selbst angezündet so also richtig der ewigen Flamme die steckt mir ja das Ziel in Brand für immer ich schau wieder auf Facebook statt dass dann mal weiter quest ist ja was soll ich denn questen jetzt hab ich wieder auf irgendeinen Tristrick Druck 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 bloß nicht aufs Internet so wie irgendein war ok oder irgendwas aufgemacht so so macht das wieder aus ach Missionskisten so ich hab die Türme nicht gekriegt was zu weit weg aber ich kann die Türme nicht näher an dich heranbringen ich bin ich bin aber auch schlossen wird kann man auch Kugeln sammeln geile Schatz das das müsste als Heilerwahl machen einfach alle komplett alles holen die ganze Zeit gegen funktioniert bestimmt gut duf 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 das denkt das bestimmt auch ja die 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 vollidiot was wie ein Pumpmager das ist die relativ schnell gespornen geschildert oder mit allem ein paar schützen und dann muss ich noch ein bisschen Munitionsformen Neusser Stiftung und so was ist ja sie geben die ihre Kugeln freiwillig kommt in den ganz viele Ohren ich finde das Zeichen von dem Monatsklage so geil da haben wir den Ostturm in Brand gesteckt ganz toll ich hab's wieder geschafft festzustecken wie schaffst du das immer vor allem die unmöglichsten Worte ich bin der Casual Kläger den Verhältnis zu zusehen ja und die Erkenntnis der Schöne Acker die Halt Schenkens nur zu Taktik wenn man auch einfach töten kann ist doch so das ich mach ich bin schon immer so so es ist es gut oder so was aber das gibt es keinem Schöpfen dort ist vielleicht nicht doch mal da rein zack 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 ja aber den kommst jetzt nicht hin ohne dass dass die Taschendiebstäule klaust weil der Kette du musst ihm den Schlüssel klauen da den bringen wir ununternehmen uns den Schlüssel einfach gesagt getan die Schlüssel war auch da ich brauche noch drei Schützen und kickst den Hunter da runter blöder blöder ein stich auf sich so ich brauche noch Guggenie Ich brauche noch 110 Schuss Munition. So, ich bin fertig mit den Schützen. Und Bayern auf 96 Schuss Munition. Oh, da hinten ist gleich noch eine Kiste. Da glitzert noch eine Kiste. Glitzer, 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 Kistchen! Da tun wir Munition aufsammeln! Na, sammeln hier wieder eine schöne Platte. Die dir nichts bringt. Auch wenn mehr Tempo drauf ist. Aber der Rest von ins Satz übelst mir nachteiligt wird. Love, love! Gäste, 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 Gäste! Nein! 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 Ich bin mal da noch. Wieder nur Schrott. Das erwarten wir auch anderes. So, nur noch zwei und einzig Stück. Oh, ich bin auch fertig mit den Quest. Wenn sie mich jetzt wieder vom anderen unterschießen, dann schreie. Okay. Glück gehabt. So, für dich sollte auch ein Level Up mit drin sein. Die Brust gibt am meisten Gold. kein Beispiel gerne gespielt! Wie siehst du da dein, deine Höllenbestie? W spirits? Und geht's! Herr Wispier –Levlar! Herr Wispier –Levlar! Höllenbestie beschwören kann einen Satz. Wir müssen einen Weg finden, sie davon zu überzeugen, dass sie sich uns anschließen. Du schaffst das auch einmal wieder, ne? Knapp, 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 die Sache ... Ach, da oben steht er und danzt. Wir müssen eine Polonaise machen. Wir müssen eine Polonaise aus drei Zwergen, okay, ich nehme wieder unten. Everybody dance now! Mir fehlt noch ein dritter Zwerg. Da steht doch einer. Ach, das ist ein Schmied, die Trauer scheint nicht einmal. So. Wir laufen, und wir dance. Wir laufen, und wir dance. Dann kommen wir mit dem Flugpunkt wieder zur Torio. Was ist denn los? Gibt sie Bus 5zwerge oder was? Sieht fast so aus. da hat es so zufrieden die Schuhe doch es hat Gott die Zwerge mehr doch aber jetzt aufmacht und das ist immer wieder keine Ahnung ich hab die alle in den Mauten nach Prozent eingeladen also okay glaube ich schon das wird jetzt auch nicht mit mir oder ja was ist denn da los was da los die haben meinen Namen gelesen und haben sich gedacht das ist unser Opfer des Monats du hast ja den Namen ausgesucht der Stallmeister und der Lügenmeister wollen auch nicht denk ich mal ja die zwei wollen auch nicht weil das alles Verkäufer sind ach da steht auch nicht drauf kannst du aufmauern das könnte ich aber will ich das auch so ich fliege schon mal zur Todiumspitze vor wenn ich traute danach geht es in den Kessel Quest Ehen zur Todiumspitze da wo wir vorhin waren was du nicht sagst so und jetzt geht es in den Kessel rein ich fühle dir Durst die Grisienzeiten ich glaube so kann ich eine Folge nach deinem Durst kann ich eine Folge benennen da gibt es schon die Startquests für die Steppe da gibt es keine wunderschöne die 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 Oh!